Die Partei Die Linke fordert die Einführung eines Rentenniveaus von 53% ab dem Jahr 2024 und eine erwerbstätigen Versicherung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich betreibe ja nicht nur den Kanal Rentenbescheid24.de, sondern auch noch den YouTube-Kanal Eine gerechte Rente für alle Generationen. Und dort auf diesem Kanal habe ich verschiedene Videos zum Thema Gerechtigkeit in Sachen Rente, Altersarmut, Mindestrente und so weiter veröffentlicht. Und ich habe einen Textbeitrag auf Rentenbescheid24.de veröffentlicht zum Thema Linke fordert Rentenniveau von 53% ab 2024. Und zwar haben die Linken in einem Antrag auch, also nicht nur diese Erhöhung des Rentenniveaus gefordert, sondern auch die Einführung einer erwerbstätigen Versicherung. Das können Sie alles in der Bundestagsdrucksache 20.8.219 nachlesen. Und zwar hat die Partei, die Linke oder die Bundestagsfraktion der Linken diesen Antrag in den Bundestag eingebracht. Und der Bundestag, so die Forderung der Linken, möge beschließen, dass die Bundesregierung aufgefordert wird, einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen. Ja, meine Damen und Herren, wir kennen ja die Mehrheiten im Bundestag. Es wird sicherlich eine Debatte zu diesem Thema geben oder ich hoffe zumindest, dass es eine Debatte zu diesem Antrag gibt. Aber die Mehrheit in diesem Bundestag wird wahrscheinlich aller Voraussicht nach diesen Antrag dann ablehnen. Im Detail geht es um die Zukunft vieler Millionen Menschen, die ohne Änderung im Rentensystem später einmal in Altersarmut leben werden. So die Linken. Ich habe nochmal als Hinweis auch für Sie alle mit dem rentenpolitischen Sprecher der Linken oder der Partei Die Linke, Herrn Matthias Birkwald, ein Interview gemacht. Und der hat mir dann auf viele Fragen spannende Antworten und klare Worte und auch Empfehlungen gegeben. Und ich möchte mich hier auch nochmal recht herzlich bei Herrn Birkwald bedanken, dass das so super geklappt hat. Sie finden dieses Video auf unserem Kanal Eine bessere Rente für alle Generationen und selbstverständlich werde ich den Link in die Videobeschreibung in diesem Video auf jeden Fall nochmal reinsetzen. Also, was fordert Die Linke im Detail? Die Linke fordert die Einführung eines Rentenniveaus 53% und die Einführung einer erwerbstätigen Versicherung in der gesetzlichen Rente. Sie sagt, die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung ist das wichtigste Element im deutschen Alterssicherungssystem. Trotz der Rentenkürzungspolitik der letzten 20 Jahre stellt sie für die meisten Menschen, so auch in meiner persönlichen Wahrnehmung, die mit Abstand verlässlichste und oftmals auch einzigste Einkommensquelle im Alter dar. Gerade in Ostdeutschland, auch unter dem Hinblick des Umbruchs 1989-90, ist die gesetzliche Altersrente für viele Millionen Menschen die einzigste Einkommensquelle. Und oftmals haben wir gerade in Ostdeutschland jetzt in der jüngeren Generation, die jetzt in Rente gehen, durch die Wechselfälle des Lebens, durch die Umbrüche im Leben, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung, dann schlecht bezahlte Jobs und so weiter, einen gnadenlosen Abgang im Rentenniveau, im persönlichen Rentenniveau zu beobachten. Das heißt also, viele Menschen, gerade im Osten, werden Renten erhalten, die wirklich jämmerlich sind, Armutsrenten sind. Und das ist letzten Endes auch ein Punkt, den die Linken hier immer wieder aufgreifen und sagen, Leute, so kann es nicht gehen. Wir müssen sozusagen das Rentenniveau auf 53 Prozent hochsetzen, damit wir wenigstens im Alter stabile und armutsgerechte Renten haben. Und der Herr Birkwald fordert ja auch schon seit einiger Zeit eine Rentenerhöhung von 10 Prozent zum 1. Januar 2024 und zwar als Ausgleich für die gestiegene Inflation und auch sozusagen als Äquivalent dafür, dass pensionierte Beamte und andere Gruppen die Inflationsausgleichsprämie bekommen, aber Rentnerinnen und Rentner nicht. Das aktuelle Rentenniveau liegt bei ungefähr 48 Prozent und das bedeutet eben für viele Menschen in Deutschland letztlich auch schlechte Renten, geringe Renten im Alter. Meine Damen und Herren, der Erforderungskatalog, den können Sie ja auch nochmal nachlesen. Die Linke fordert also sozusagen, dass das Rentenniveau in einem Schritt zum 1. Januar 2024 auf 53 Prozent angehoben wird, der Beitragssatz in der gesetzlichen Rente entsprechend erhöht wird. Es soll geprüft werden, ob Arbeitgeber überparitätisch, das heißt also einen höheren Anteil an den Rentenversicherungsbeiträgen übernehmen, so wie das zum Beispiel in Österreich ist oder auch in Spanien. Die gesetzliche Rentenversicherung wird schrittweise zu einer erwerbstätigen Versicherung umgebaut. Die Beitragsbemessungsgrenze soll bis 2026 schrittweise verdoppelt werden. Und ab Juli 2026 wird eine Beitragsequivalenzgrenze in die GAV eingeführt. Das heißt also, wir haben zwar eine höhere Beitragsbemessungsgrenze, so die Linken, aber letzten Endes soll nicht alles daraus dann zu Rentenanwartschaften erwachsen. Die staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge und sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung wird abgeschafft oder soll abgeschafft werden und die Obergrenze der Nachhaltigkeitsrücklage in der gesetzlichen Rentenversicherung soll abgeschafft werden. Das sind sozusagen die Forderungen der Linken. Bei der staatlichen Förderung privater Altersvorsorge und sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung, da bin ich voll dabei, das lehne ich grundsätzlich ab. Das muss auf jeden Fall abgeschafft werden, denn das ist sozusagen eigentlich auch einer der großen Baustellen, die letzten Endes gefühlt und auch mathematisch zu einem Betrug, zu Lasten von gesetzlichen Rentnerinnen und Rentnern oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führen. Das heißt also, dass zum Beispiel die Entgeltumwandlung dazu führt, dass Ansprüche in der gesetzlichen Rente, das muss man sich mal vorstellen, wenn Ansprüche in der gesetzlichen Rente deshalb, aufgrund deshalb gekürzt werden, weil hier sozialversicherungspflichtiges Entgelt beitragsfrei gestellt wird. Und das darf einfach nicht sein. Das geht im Übrigen auch zu Lasten der gesetzlichen Rentenversicherung. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch davon überzeugt sind, dass die Vorschläge der Linke, der Partei Die Linke, gut und richtig sind, dann schreiben Sie uns bitte in den Kommentaren, heben Sie einfach den Daumen hoch. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Wir werden uns als gerichtlich zugelassene Rentenberater, Anwälte und auch als Sozialrechtler mit Leib und Seele dem Thema einer gerechten Rente, einer armutsfesten Rente weiter widmen und auch hier weiter verfolgen die Entwicklung. Ich hoffe, dass wir eines Tages in Deutschland so viel Vernunft auch bei den Parteien haben, dass wir endlich eine erwerbstätige Versicherung in der gesetzlichen Rente und eine Bürgerversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung einführen können. Denn es geht um die Zukunft von Millionen Menschen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.